Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen den Dinosaurier Simulator, auch genannt Velociraptoren Simulator. Wir sind ein Velociraptor, das ist so ein Dino, wer Jurassic Park ist, kennt das wie, und müssen überleben. Ah, und hier kann ich mir dann anscheinend noch andere Dinosaurier verdienen. Sieht interessant aus. Und ja, Skin. Dann lass mal hier ein wenig machen. Was ist das? Details. Aha, ok. Ok, ja, sieht gut aus. Ja, den nehmen wir mal. Keine Werbung. Ach, come on, jetzt, wo ich wegmache, kommt Werbung. So, ok. Skills. Ok, scheinen den Dinosaurier dann auch noch verbessern zu können. Interessant. Rate, was ist das? Achso, ok. Dann würde ich mal sagen, starten wir mal. Oh, das sieht gut aus. Keine Werbung. Drei, zwei, eins. Passiert gleich was? Ja. So, hier bin ich. Ups. Okay. Der Dino macht keine Geräusche, wenn er brüllt. Damit greife ich anscheinend an. Und was ist das? Nennt mich den Eisraptor. Ok, springen scheinlich nicht zu können. Aber ja, dann lass mal nachschauen, was es hier so alles zu machen gibt. Übrigens, ich weiß nicht, ob man es hört, wenn ihr Bohrgeräusche hört. Das liegt darin, dass meine Mutter gerade am Arbeiten ist. Und ja, also nicht wundern, wenn ihr Bohrgeräusche hört. Das ist ein anderer Dino. Hallo. Bist du freundlich oder feindlich? Hallo? Komm schon, das kriege ich. Die machen Jurassic Park Geräusche. Und ich bin tot. Oh, ich konnte mich wieder überleben. Cool. Aber das ist wirklich interessant. Die machen wirklich Jurassic Park Geräusche. Ach, nicht schon wieder, du. Ich könnte auch mal meine Kopfwehre abstecken, dann würdet ihr es auch hören. Aber erst. Ach, komm schon. Keine Werbung. Oh, also um mich wieder überleben zu können, brauche ich diese Coins. Ok. Ansonsten muss ich dann noch mal restarten. Was ist das? Was ist der Shop? Ok. Habe ich keine Ahnung von. Dann starten wir mal noch mal. So, ok. Da bin ich wieder. Und jetzt lass mal gucken, dass ich erst mal die Kopfhörer rausziehe. So, ja. Und du mir eine Gleise ab. Und ja. Dann lass mal schauen. Ist das ein anderer Raptor? Hallo? Hallo? Hallo, Dieter? Hallo? Freund? Hallo, Freund? Hallo? Wuuuuh. Noch ein anderer Dino? Hallo? Ich sag, das ist ein Styracosaurus. Ich sag, das ist ein Styracosaurus. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was das für einzelne Styracosaurus sind. Ich sag, dass das ein Styracosaurus ist. Oh, und was ist da hinten? Oh, ein rechter Freund. Hallo? 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 Ähm. Okay. Der macht ganz komische Bewegungen. Was? Ach, ich hab ihn illuminiert. Jetzt kann ich ihn testen. Oh, es leckt ein wenig. Ich kann mich nicht umdrehen. Oh, da. Kommen her. Ja. So. Das zweite habe ich. Wer will noch? Ouch. Sonst noch jemand? Nein. Oh. Okay. Und durch Kills war mich kein. Und durch Essen heil ich mich. Okay, interessant. Und was ist die blaue? Was macht das blaue? Dieser blaue Strahl dort werde ich noch herausfinden. Okay. So, ja. Dann lass mal gucken, was hier sonst noch so herumläuft. Mit was ich es sonst noch so aufnehmen kann. So, okay. Es ist jetzt dunkel. Und, oh mein Gott, da sind so viele Dinosaurier außen rum. Das ist ja schon krass. Ich würde gerne wieder so einen kleinen töten. Dann muss ich nach da gehen. Nein. Nach da. Oh. Oh. Ich sag, das ist ein Ovi Raptor. Oder in deinem Oni Schuss. Ach, wo kommt der Zeit jetzt her? Hilfe. Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, da sind sie schon zu krass. Ah. Und dann Eisregen. So. Weiter. Und drüben. So. So funktioniert das. So und nicht anders her. Ah. denn die stelle wieder aber die treten gehen an die krieg und was ist da Kann es sein, dass es glaube ich so eine Art Mana ist? Wie jetzt nicht auf oben schaut der Raptor, wenn es fast zu... Wenn er angegriffen wird, wollte ich sagen. Okay. Die Lobbymusik ist richtig schön, finde ich. Irgendwie entspannend. Oh, okay. Hier wird mir also angezeigt, was ich für die Misaur schon getötet habe. Kann ich die dann spielen? Ah, das ist ein Drodon. Okay. Und du bist ein Kompi, ein Komsugnatus. Sind die nicht kleiner? Normalerweise. Oh, wie süß. Okay, dann lass mal noch mal loslegen und mal nachschauen, ob wir noch etwas Größeres töten können. Ich finde, das Spiel macht Spaß. Muss ich mal gerade so sagen. Wahrscheinlich ein Kempboot, der da ist. Ich glaube, ich muss diese Fähigkeit noch verbessern. Die macht bestimmt bald mal mit mehr Schaden. Weg drin, weg drin, weg drin, weg drin. Nicht erwischen lassen. Oh mein Gott. One-Hit einfach. Einfach. One-Hit. Aber Level 3 ist schon mal gut. Okay. Noch einmal, glaube ich, können wir machen. Und ja, lass mal gucken. Karte. Ah, okay. Oh, die Karte ist klein. Hm. Eine sehr kleine Karte. Okay. Oh, okay. Was ist das da? Äh, Akzept. Okay. Komsugnatus. Töte drei Kompis wahrscheinlich. Dann suche ich mal die Kompis. Ah, Spino. Oh, bitte. Sagt das nicht so was, die falsch haben? Ah, hier ist so viel los. So, okay. Die Kompis sind hinter mir. Dann lass mal. Dann gehe ich mal zu denen. Wir sehen uns dann gleich. Da sind auch schon welche. Die sind gerade da runtergegangen. Okay. Was ist denn jetzt los? Kräfte auch an? Ja, er greift an. Ach, da kommt noch einer. Er hat ja noch verlebt. Quatsch. Komm, komm. Was steht da? If you like this guy. Ähm. Ja, später. Okay. Und anscheinend habe ich jetzt alles... Ja, nee, da ist ja noch einer. So, dann würde ich sagen, zum gründenden Abschluss, fragen wir uns einen Spinosaurus. Der war ungefähr 2005. Gehen wir weiter, hier entlang. Da hinten ist der B.E. Attacke! Okay, das heißt, hat er sich gar nicht gekauft. Der macht auch die Jurassic Park-Kräfte. Kann das sein? Ach, er klebt noch. Nein, stimmt nicht. Ha. Dann würde ich auch mal sagen, war es das mit diesem Video. Wenn ihr mehr von Dinosaurier Samalato sehen wollt, oder mehr von solchen Spielen, dann lasst ich mich irgendwie wissen. Und ja, wir sehen uns. Tschüss!